Die Atomkraft als Klimaretter. So sehen das weltweit etwa 30 Länder und wollen die Nuklearenergie weiter ausbauen, darunter Frankreich, Polen, Japan, die USA und China. Beim ersten internationalen Atomgipfel in Brüssel haben sie jetzt eine historische Erklärung abgegeben, nämlich Strom aus Atomkraftwerken ist demnach für die Verringerung klimaschädlicher CO2-Emissionen geradezu notwendig. Deutschland mit seinem Sonderweg der Abschaffung der Meiler steht also zunehmend isolierter. Für sie ist eine Zukunft mit Atomstrom ein Gruselmärchen, dass Kernenergie für eine klimaneutrale Welt unerlässlich sei, eine Illusion. Der Protest dieser Greenpeace-Aktivisten macht auf die Teilnehmer des Brüsseler Atomgipfels allerdings wenig Eindruck. Sie wollen das Potenzial der Kernenergie voll ausschöpfen, heißt bestehende Anlagen länger am Netz lassen und jede Menge neue AKW bauen. Dafür wirbt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie jeder weiß, gibt es innerhalb der EU verschiedene Ansichten zur Atomkraft. Ich bin hier, weil ich glaube, dass sie in Ländern, die dafür offen sind, eine große Rolle bei der Wende hin zu sauberer Energie spielen kann. Die deutsche Bundesregierung sieht das anders, ist mit ihrer Anti-Atomkraft-Haltung unter den großen EU-Staaten aber ziemlich isoliert. Zwölf der 27 EU-Länder betreiben aktuell Kernkraftwerke. Einige von ihnen planen oder bauen bereits weitere Anlagen. Das Atomland Frankreich alleine sechs. Schweden hat den Ausstieg vom Ausstieg beschlossen. Polen und Italien wollen erstmals eigene AKW bauen. In Deutschland gingen die letzten Meiler im Frühling 2023 vom Netz eine Rückkehr zum Atomstrom für die Grünen ausgeschlossen. Wir haben das Risiko ständiger Atomtransporte, sowohl von Brennelementen als auch von abgebrannten Brennelementen, von hochradioaktivem Atommüll. Und wir haben das große Risiko, dass wir bis heute noch nicht mal wissen, wohin damit. Und das möchte ich der künftigen Generationen nicht zumuten. Den deutschen Atomausstieg hatte nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 die Union beschlossen. Nun will sie schnellstmöglich zurück zur Kernenergie. Sogar Japan, trotz der schlimmen Erfahrung Fukushima, sagt, wir schaffen unsere Klima und unsere Wirtschaftsziele nur in der Verbindung, wenn wir an die Kernenergie setzen. Vor dem Hintergrund, glaube ich, sind diese ideologischen Hardcore-Gegner, gerade bei den Grünen, eine echte Standortblockade und Standorthindernis für Deutschland. Ein Zurück zur Energie aus Kernspaltung wird es hierzulande vorerst nicht geben. Große Hoffnungen ruhen aber auf der deutlich risikoärmeren Kernfusion. Diese Technologie ist zwar noch nicht ausgereift. Wenn es aber soweit ist, könnte das Märchen von der Atomstromnation Deutschland doch noch Realität werden. Das Märchen von der Atomstromnation Deutschland doch noch Realität wird es hierzulande vorerst nicht geben.